Auch diesen Morgen geht es ein neuer Gitar-Workout mit Yves Schulte. Das heißt Open String Chords, also Akkorde mit openen Saiten. Hallo Gitarristen! In diesem Workshop geht es um Akkorde mit openen Saiten. Open String Chords. Die Franzosen sagen Akkord mit Chord David, und auf Deutsch sehen wir Akkorde mit Leerseiten. Im zweiten Teil dieses Workshop weisen wir ein paar Beispiele dafür. Aber wir spielen ein Lied für viele Akkorde, als Beispiel. Dafür haben wir auch ein Wettbewerb, den Alexei um Akkordeon, den Coni auf der Perkussion, den Jay auf der Basquei. Das Lied, den wir spielen, ist das von Argentinischer Komponist Astor Piazzolla an dem Text Libertango. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 Musik 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 Das war der nächste Teil. Wenn der Luna Vesselwelt wieder die Akkorde spielen könnte, dann muss er auf dem zweiten Teil warten, denn bis später in dieser Sendung wird kommen.